Servus und herzlich willkommen zum Abschluss des Japan-Projektes. Ich habe es jetzt noch ein bisschen weiter simulieren lassen, jetzt bis Januar 2020. Ich bin Trainer geblieben in Vigalda Sendae, ich wurde nicht entlassen. Ich bekomme also die Chance anscheinend, nochmal den Aufstieg zu packen. Vorstandserwartung ist der Aufstieg. Diese Liga beginnt am 21.02.2020, also in einem Monat. Werde ich jetzt nicht mehr machen. Wir haben neue Spieler bekommen, also die müssten jetzt auch schon da sein. Dazu gehören zum Beispiel Nikolas Godoy, sehr, sehr talentierter offensiver Mittelfeldspieler, der uns enorm verstärken wird in der Saison. Ähm, dann Shin Arimitsu, sehr, sehr starker Abschluss, ist technisch noch nicht ganz so weit. Sehr, sehr schneller Spieler. Ähm, viereinhalb, äh, Sterne hat er jetzt schon. Ähm, 18-Jähriger. Ähm, hat das Potenzial eines Star-Spielers. Ähm, wer ist noch gekommen? Ähm, können wir uns eigentlich mal anschauen. Äh, Transfer-Chronik. Nee, Arimitsu Godoy. Ähm, ach ja, Nishi, der kommt ja erst, ähm, im Februar. Transfers. Ja, Takeru Nishi. Ähm, wird noch kommen, also ein Innenverteidiger. Ähm, mit einem relativ guten Tackling-Wert, 16er Tackling-Wert. Ähm, also das sind richtig gute Spieler. Ähm, schauen wir mal, wo wir da jetzt Medientipp-mäßig liegen. Auf dem zweiten Rang aktuell. Ähm, genau, also, ich spiele es jetzt nicht weiter, aber es ist schon mal ganz interessant zu sehen, dass wir jetzt auf jeden Fall das Potenzial hätten, äh, hier richtig, äh, anzugreifen wieder. Wir haben gute Spieler, die Unterstützung vom Trainer ist sehr gut jetzt mittlerweile. Ähm, wäre also eine relativ interessante Saison. Aber ich werde es an der Stelle beenden und jetzt mich voll und ganz dem FM 2019 widmen und da bald dann auch, äh, in Australien, äh, den neuen Save beginnen, worauf ich mich auch schon sehr freue. Und, ja, hat sehr viel Spaß gemacht hier in Japan. Auch ärgerlich, dass jetzt der Pokal nicht ganz funktioniert hat mit diesem Feier. Aber insgesamt, ähm, kenne ich mich jetzt einigermaßen in der japanischen Liga aus. Und war vielleicht auch nicht unbedingt das letzte Mal, dass ich einen Verein in Japan übernommen habe. Also, kann ich mir gut vorstellen. Ich kann es sehr empfehlen, äh, ich kann es sehr empfehlen, die Liga einmal auszuprobieren. Macht sehr viel Spaß. Gibt ja noch die Möglichkeit, auch da Champions League zu spielen, gegen die, äh, vor allem chinesischen, koreanischen Mannschaften. Ähm, dazu hat es ja mit Begal da jetzt nicht gereicht. Aber, ähm, wie gesagt, eine Liga, die sehr zu empfehlen ist. Und ich werde mich jetzt mal in Australien dann austoben. Ähm, gut, ähm, ansonsten, das Angebot lehnen wir mal ab. Hier, so, ähm, ja, danke jedem fürs Zuschauen. Und ich würde mir von euch erhoffen, dass ihr auch beim FM 2019 wieder mit von der Partie seid. Ähm, Anregungen, wie gesagt, sind herzlich willkommen. Oder sagt, hey, mach doch mal ein Safe mit dem und dem Verein. Ähm, oder. Ähm, wenn ich irgendetwas anders machen soll, ähm, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mich, äh, auch im Meistertrainer-Forum an. Und ich werde sehen, was ich tun kann. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, für diejenigen, die tatsächlich die ganzen Folgen gesehen haben, vielen Dank für die Treue. Und ich freue mich auf euch beim FM 2019. Schaut schon mal rein, die Beta-Version läuft mit dem Club. Und bald dann der Start in Australien. Ich sag, Servus, danke fürs Zuschauen und bis bald.